In diesem Video lernen Sie, wie Sie im OPAC der Universitätsbibliothek Augsburg nachsehen können, ob ein bestimmtes Buch auch als E-Book vorhanden ist und wie Sie auf den Volltext zugreifen. Um die E-Books, die im OPAC angezeigt werden, zu nutzen, ist es meistens notwendig, sich im Netzwerk der Universität zu befinden oder per VPN-Client darauf zuzugreifen. Die Anleitung zur Einrichtung des VPN-Zugangs finden Sie auf den Seiten des Rechenzentrums der Universität Augsburg. Geben Sie den Namen der Autorin oder des Autors und den Titel des Buchers in die entsprechenden Felder der Suchmaske des OPAC ein. In der Trefferliste sind elektronische Publikationen, zumeist mit dem Ad-Zeichen, versehen. Aufgepasst! Bei manchen Treffern ist zwar in der Trefferliste nur das Buchzeichen angegeben, es handelt sich aber dennoch um ein E-Book. Klicken Sie auf den entsprechenden Titel, um zur Einzeltrefferanzeige zu gelangen. Wenn ein E-Book vorhanden ist, ist ein Volltextbutton zu sehen. Ein Klick auf den Volltextbutton führt Sie auf die Seite, auf der das E-Book bereitgestellt wird. Während manche E-Books nun direkt einsehbar sind, werden andere auf einer Seite bereitgestellt, bei der Sie sich zunächst identifizieren müssen. Bei unserem Beispiel sind Sie zur Plattform E-Book Central der Firma ProQuest gelangt. Auch wenn es sich hier um einen kommerziellen Anbieter handelt, entstehen für Sie keinerlei Kosten, da das Buch bereits von der Universität für Sie bezahlt wurde. Wenn Sie das erste Mal über VPN auf die Plattform zugreifen, müssen Sie zunächst ein Konto anlegen. Klicken Sie dazu bei Neu bei E-Book Central auf Neues Konto anlegen. Wählen Sie hier einen eigenen Benutzernamen und ein Passwort. Wenn Sie beim nächsten Mal ein E-Book auf der E-Book Central Plattform abrufen möchten, geben Sie nur noch Ihre Zugangsdaten ein und klicken auf Anmelden. Aufgepasst! Hier nicht die Rechenzentrumscannung eingeben, sondern Ihre bei der ersten Anmeldung selbst gewählten Zugangsdaten. Nach der Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des gesuchten E-Books weitergeleitet. Dort können Sie das Buch lesen oder herunterladen. Die Anmeldung bei E-Book Central ermöglicht es Ihnen, die gewünschten E-Books von Ihrem Endgerät aus auch ohne VPN-Verbindung aufzurufen. Kehren wir zurück zur OPAC-Suche. Sollten Sie das gewünschte E-Book unter dem Reiter Bayerischer Verbundkatalog angezeigt bekommen, hilft Ihnen dies leider nicht immer weiter. Im Verbundkatalog werden nämlich auch die Bestände anderer bayerischer Bibliotheken angezeigt. Dies beinhaltet auch E-Books, die von diesen Bibliotheken erworben wurden, aber nicht von der UB Augsburg. Ein Zugriff von der Universität Augsburg aus ist nun leider nicht möglich. Ein Tipp, um in der Trefferliste ausschließlich Medien angezeigt zu bekommen, die es auch in elektronischer Form gibt, können Sie am linken Rand die Treffer auf E-Books oder elektronische Ressourcen eingrenzen. Viel Erfolg bei der Recherche! McWassburg Mc Organization Untertitelung des ZDF, 2020